Musik Nun stehen wir hier vor euch. Alles gezeigt, was ihr zeigen könnt. Anblicke, Einblicke, Durchblicke. Eine Momentaufnahme im ewigen Fluss. Anblicke, Fotos im Niosen von Sieglia Braun. Immer wieder, immer wieder wie ein Karussell im Kreis. Kreisen wir um die Sonne. Kommen immer zurück zur Frage. Was bedeutet es, ein Mädchen zu sein? Eine Frau zu werden? Wir zwölf Mädchen spielen wir eine Rolle. Geprägt von der Gesellschaft? Oder sind wir? Sind wir die Verkörperung des Frausein? Sind wir die Verkörperung des Frausein? Immer wieder, immer wieder wie ein Karussellinger. Brav, zärtlich, einfühlsam, hübsch. Jetzt sitzen wir in der ersten Reihe mit Zöpfchen und Lackschulen. Wir wollen lernen. Wir müssen lernen. Viel, viel mehr. Wir, zwölf Jugendliche, leicht beteiligt, betörende Blicke. Zeigen uns stark und selbstbewusst. Unsicher, tanzen auf einem Seil. Wer ausprobiert, kann ausgelacht werden. Doch, ist das Ausprobieren nicht der einzige Weg, um wachsen zu können? Wer dazugehören will, muss sich anpassen. Doch wird nicht unsere Identität gestört, wenn wir uns komplett anpassen? Wie ein Karussellenkreis kreisen wir noch immer um die Sonne. Zusammen, verschieden, akzeptiert, akzeptiert, wachsen wir als Individuen über uns hinaus. Wir, zwölf Frauen, wie Schmetterling, leben in unendlich vielen Farben. Beim Flug in den Himmel erreichen wir den Boden der Tatsachen. Jede Entscheidung bunter und komplexer als die letzte. Wer verurteilt uns? Wir haben doch gelernt. Ist es unfair oder ein Vorteil, eine Frau zu sein? Unser strengster Richter sind wir. Und das Leben ein Geschenk. Wir drehen auf dem Karussell der Zeit, tanzen auf dem Seil der Ambivalenz und suchen nach den Grenzen des Himmels, so wie jedes Ende auch ein Umfang ist. Und das Leben ein Geschenk. Vielen Dank.